Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dr. Mario World. Mal gucken, ob meine Nerven heute standhaft bleiben, aber ich bezweifle, dass nach der Folge von Pokémon Kaffeemix sind meine Nerven wieder total am... Nee, nee. Einfach nur nee. So, das machen wir jetzt einfach mal so rum. Was kommt hier hin? Okay. Das tust du tatsächlich mal so hin. Das tust du mal hier hin. Ähm, gut. Das tust du jetzt einfach mal so hin. Das tust du mal hier hin. Das kommt so hin. Ah, nein. Das ist rot. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, was ich mir baue. Und das auch. Ah, Minno. Minno. So, das kommt hier hin. Definitiv. Und das tue ich mal hier hin. So, und dann mache ich den hier. Dann ist der schon mal weg. So, das ist auch schön. Das mache ich jetzt absichtlich mal so rum. Das mache ich jetzt mal so rum. So, das kommt hier hin. Und das mache ich dann so hin. Das kommt hier hin. Das kommt so hin. Ja. Mein Rest ist jetzt nur noch hier richtig rumbauen. Hallo, geht da hoch? Okay, ähm, das habe ich jetzt schon verkackt. Aber egal. Hauptsache, wir haben das Level geschafft. Ich glaube, das eignet sich nicht für Let's Plays. Ich glaube, ich gebe einfach mal, sobald ich fünf Level habe, schneide ich das alles zusammen. Ich glaube, das ist nervschonend da. Äh, mamma mia, Hilfe. Äh, okay. Ich mache das jetzt einfach mal so rum. In der Hoffnung, dass es funktioniert. So. Das mache ich einfach mal hier hin. Das tun wir einfach mal so hin. Das tun wir hier hin. Das tun wir hier hin. Das kommt dort hin. Und das machen wir mal hier hin. Das tun wir hier hin. Das tun wir jetzt einfach mal so hin. So. Das tun wir jetzt mal hier hin. Und das tun wir hier hin. Oh Mist. Dann tun wir das mal hier hin. Dann ist das wahrscheinlich jetzt nur noch die letzte Reihe oben. Okay. Das tun wir tatsächlich mal so hin. So. Das kommt hier hin. Wir gut. Und mehr wird das jetzt nun auch nicht. So. Das hätten wir geschafft. Ich habe mich zwar vielleicht etwas verbaut, aber wir haben es geschafft. Und wir bekommen sogar eine Belohnung. 500 Mützen aber immerhin. Und drei Sterne. Okay. Weiter geht's. Level 213. Ich muss noch die ganzen Münzen einsammeln. Fällt mir gerade auf. Äh. 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 Ich mach das jetzt einfach mal so hin. Ich mach das jetzt einfach mal so hin. Ich mach das jetzt einfach mal so hin. So. So. Ähm. Das tue ich mal hier hin. So. Das tue ich mal hier hin. So. Das kommt hier hin. Dann mach ich das mal so hin. So. So. Dann mach ich das mal so hin. Das tue ich einfach mal hier hin. So. Das mach ich so hin. Das kommt einfach mal hier hin. So hin. Das kommt so hin. So. Jetzt nicht das richtige. Ähm. Wenn das Spiel das meint. Ja. Netten. Gibt mir das Spiel einfach nicht das Richtige. Ihr hättet das so gut schaffen können. Und du machst die untere Reihe hier schon mal. So, das kommt hier hin Das machen wir mal so rum Das machen wir mal hier hin So Okay Das tun wir mal hier hin Hm, das tun wir hier hin Okay, das war jetzt easy going Manchmal muss man sich nur konzentrieren Okay, nächstes Level Ich weiß nicht Hm, na gut So spiel dürfte es ja rein theoretisch nicht sein So, das kommt hier hin Das machen wir mal hier hin Gut, um So, das kommt hier hin Das kommt so hin Ich war das jetzt so total Was ich da gemacht habe Hiermit kann ich auch nichts anfangen Aber das könnte ich machen Und das Und damit könnte ich arbeiten Und damit auch Genauso wie hiermit Manchmal so hin Dann mache ich die hier Vielleicht können wir es tatsächlich noch schaffen Das tue ich tatsächlich mal hier hin Das tun wir hier hin Manchmal auch hier rum Was anderes bleibt mir hier ja nicht übrig Hm Das ist jetzt blöd Aber so ein little bit blöd Würde ich mal rauben Hm Ich glaube, ich habe mich hier komplett verbaut Manchmal so rum Das kommt jetzt einfach mal hier an Okay, jetzt muss ich nur gucken Wie ich die anderen Sprecher bekomme Das tun wir einfach mal hier hin Ja gut Das habe ich auch schon Nein, ich habe das nicht Nein Doch, ich habe es Mist Hätte ich das mal Okay So sperrt es schon mal nicht zu sein Ich muss mich nur konzentrieren Das mache ich nämlich so rum Und das kommt so rum Und das machen wir so rum Und das kommt dann hier hin Ähm Das mache ich tatsächlich mal so rum So Und das kommt jetzt Hier hin Das kommt dort hin Okay So 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 Und So rum Das kommt jetzt hier hin Und das tun wir einfach mal hier hin Nein Ich habe mich verbaut Toll Wobei ich kann das ja hier mit noch retten So Das tun wir jetzt einfach mal hier hin Das tun wir hier hin So Das machen wir jetzt einfach mal weg Ich hab mich verbaut So Du Ja Du 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 Hthought Du So, das kommt dann. Ja, nein, Mist, das wollte ich gar nicht da, no, was ist das denn, nee, das ist jetzt gemein, nein, ich habe mich schon wieder verbaut, oh, ich könnte ausrasten, no, ich könnte direkt wieder von vorne anfangen, das ist doch nicht fair, das ist doch nicht fair. Das ist doch nicht fair, was kommt jetzt, nein. Nein, das ist doch unfair, das ist mehr wie unfair. Danke, das kann ich ja auch nicht brauchen. Das ist doch nicht fair, also. So, das sieht doch schon mal viel schöner aus, na. Lass uns einfach mal hier hin, das kommt hier hin. So, das sieht echt schon wieder komplett falsch aus. I hate it, I hate it. Okay. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jetzt noch schaffe, ist sehr gering. Man darf die Hoffnung ja bekanntlich niemals aufgeben. Aber die Hoffnung kann ich jetzt aufgeben. Was, das ist schon wieder so schwierig, dabei steht es gar nicht, dass es schwer sein soll. Ich bin echt schlecht im Denkspiel. Danke, Tod. Oder Tod. Oh Gott. Vor allem mit sowas kann ich überhaupt nichts anfangen. So. Aber hiermit kann ich was anfangen. Das mache ich jetzt einfach mal so weg. Damit kann ich schon wieder nichts anfangen. Das ist nicht schön, wenn man damit nichts anfangen kann. Dann mache ich den hier. Das ist doch ein. dann kommt das hier hin dass dort schon kommt dann so hin total unsinnig war obwohl es war schon richtig jetzt habe ich es ich habe nichts zu sagen ich doch nicht nein ich krieg die kräse jetzt hier ernsthaft die kräse ich krieg hier die kräse dass ich jetzt so mache ich das so warte warte kann es sein kann es sein dass ich jetzt wenn ich jetzt nur noch die richtige kapsel bekommen wir sind schon bei 20 minuten gleich dann sage ich jetzt an dieser stelle dankeschön fürs zuschauen und jetzt bis zum nächsten mal bei let's play doctor mario wird wenn es wieder heißt meine nerven sind weg wir können ja schon mal rein stimmern 38 vieren ok nun gut dann düdolü bis zum nächsten mal